einen wunderschönen guten tag liebe crypto enthusiast und herzlich willkommen zum roten tag im crypto space alles im roten bereich bis auf wenige ausnahmen dogecoin jetzt auch nicht mehr ihr seht es also alles im roten bereich unfassbar wir werden trotzdem heute einige spannendes aufgreifen unter anderem ist elon musk jetzt offiziell teil von twitter werden wir uns ansehen microstrategy macht ernster als ernst nimmt noch mal kredit auf und kauft sich noch mehr bitcoin indien verabschiedet eine kripto steuer dies in sich hat und vielleicht ist das nur ein vorgeschmack darauf was uns hier noch eilen wird und ich werde mal zeigen wie widersprüchlich manche newsportale sind und eine richtig geile seite auf der ihr quasi jede minute die neuesten news überhaupt finden können sehr sehr spannend und ich zeige euch auch noch mal eine kleinigkeit zu iota und zwar zu den iota nfts auf sunaverse also bis zum schluss dran bleiben lohnt sich auf jeden fall und jetzt legen wir mal los ja die zahlen überspringen wir gleich mal kurzer blick nur bitcoin mit knapp vier prozent im minus 44.844 dollar ethereum sogar mit sechs prozent im minus und der rest der bahn der könnt ihr hier sehen alle extrem im roten bereich nicht cool aber was immer machen insbesondere solche projekte wie waves haben in den letzten wochen mehrere hundert prozent gemacht von daher war klar dass irgendwann die korrektur kommt und ich weiß es gibt viele leute da draußen sagen alex du mit deinen komischen mondphasen was laberst du da bloß schaut euch einfach an denn wisst ihr was ich da bloß laber wir haben hier den vollmond und mit einem kurzen delay sehen wir dass es tatsächlich danach bergauf ging also ein bullisches momentum damit einhergeht und genau das gegenteil passiert sobald es den neumond gibt der neumond wieder ein kurzes delay dann eben eine gegenläufige bewegung und das wiederholt sich das ist keine anlageberatung aber hättet ihr also ganz stupide einfach nur als der neumond war am ersten april auf sell gedrückt dann hättet ihr jetzt wahrscheinlich ungefähr bei einem wert um die 47.8 vielleicht auch noch mal 47.000 etwa die bitcoin verkauft und wird jetzt bei einem wert von 44.000 also ihr seht es ist durchaus was wahres da dran und natürlich habt ihr auch vollkommen recht dass das nicht in stein gemeißelt ist ja es gibt natürlich noch viele viele weitere indikatoren die man zu rate ziehen sollte bevor man eine entscheidung trifft aber nur damit ihr mal seht also so ganz abwegig sind die mondphasen nicht und das gilt übrigens nicht nur für bitcoin das gilt nicht nur für den gesamten kryptomarkt sondern auch für aktien und sogar für indizes und devisen also schaut euch das unbedingt man ihr könnt einfach hier oben auf indikatoren und dann gibt ihr ein moon phases und dann habt ihr eigentlich schon die mondphasen direkt eingezeichnet ich mache das ganze immer auf tagesbasis also je kleiner die zeitfenster desto unübersichtlicher wird das ganze arbeitet daher am besten mit tagen weil da kann man es am schönsten sehen so jetzt wollen wir aber noch mal kurz ein blick werfen wir crypto bubbles da könnt ihr mal kurz schauen dass es gibt natürlich einige projekte die nach wie vor ganz gut laufen momentan so der überflieger ist audios ja das ist so eine streaming plattform die sich mit musik beschäftigt wenn ich das richtig verstanden habe sehr spannend auf jeden fall 18 prozent im plus und ihr seht noch viele viele andere projekte die einigermaßen gut performt trotzdem der mag gerade so ein bisschen kippt luna ist ja momentan so der dauer renner da draußen luna wird nach wie vor am meisten gekauft dann dogecoin ist mal wieder gefragt also vielleicht für die dogecoin hotlaute euch mal wieder zeit ein bisschen öfter am chart zu hängen und ich glaube da könnte einiges passieren gerade wo jetzt elon musk so ein bisschen das zepter in die hand nimmt bei twitter wer weiß vielleicht akzeptiert der typ hier irgendwann dogecoins bei twitter das wäre natürlich über krass wer weiß vielleicht wissen einige leute schon was wir nicht wissen und kaufen deshalb gerade dogecoin dogecoin ist ganz generell eher so ein antizyklisches projekt ich habe das gefühl immer wenn der markt nicht ganz so läuft dann kommen die meme coins so ein bisschen aus ihrer fassade aus ihrer deckung heraus könnte natürlich dieses mal genauso laufen ich drücke euch auf jeden fall die daumen ich persönlich bin nicht in dogecoin investiert aber toi 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 viel greed index knapp bei 50 48 wert und so einen guten wert hatten wir lange nicht mehr aber wir sind genauso schlau wie vorher ja denn wir sind momentan wieder in diesem bereich der mitte das heißt es gibt sowohl die möglichkeit nach oben als nach unten auszuschlagen ist gerade sehr schwierig vorher zu sehen ich persönlich würde sagen da wir uns gerade in dieser neumond phase bewegen dass wir noch eine kleine korrektur warten dürfen wir sehen aber die hashrade läuft unverändert und ich glaube daher nicht daran einige sind ja schon wieder darüber am philosophieren ob jetzt ein riesiger crash kommt ob bitcoin vielleicht noch mal die 30.000 dollar mark getestet freunde so weit will ich nicht gehen denn wenn wir uns den chart mal anschauen sehen wir hier relativ deutlich dass es zwei richtig schöne bodenbildungsphasen gab einmal gab es die hier im mai 21 bis zum juli 21 dort seht ihr schon haben wir im vergleich zu jetzt ein deutlich niedrigeres low das heißt wir haben also einen positiven eindruck den wir gewinnen wenn wir darauf schauen denn wir sehen hier ein höheres low das ist in der regel ein bullisches zeichen ich glaube dennoch dass wir jetzt in der neumond phase die wir hier erleben mit ein bisschen korrektur noch rechnen dürfen vielleicht testen wir noch mal diesen mittleren bereich also bis zu 40.000 dollar marke könnte ich mir gut vorstellen sollten wir durchbrechen nach unten werde ich alles noch mal neu einstellen müssen an meinem kompass ja aber momentan denke ich mal ist es ganz normal dass wir eine kleine korrektur phase haben wir letzten tage insbesondere bei den altcoins ja nachweislich sehr sehr gute gains machen können und eine gewisse auszahlungsphase eine gewisse take profit phase ist da ganz üblich lasst uns das ganze also von da nicht zu madig sehen und am 16 april ist auch der nächste vollmond und spätestens ab da wird sicherlich wieder bullisches momentum einkehren elon musk und twitter kein scherz kein fake tatsächlich die wahrheit jetzt ist die frage nicht nur was macht er da sondern welchen einfluss wird musk bei twitter haben elon musk hat zu wochenbeginn seinen einstieg bei twitter publik gemacht und dies mit einer mitteilung an die börsenaufsicht sec die ihn eigentlich als passiven investor klassifiziert nun aber hat sich schnell herausgestellt dass er wohl eine recht aktive rolle im unternehmen spielen will wie twitter am dienstag mitteilt soll er in der soll er in den verwaltungsrat einziehen vorstandschef parak agrawal twitterte in der unterhaltung mit musk sei klar geworden dass er dem gremium großen nutzen bringen werde er ist sowohl ein leidenschaftlicher anhänger als auch ein heftiger kritiker des dienstes und genau das brauchen wir im verwaltungsrat um uns langfristig stärker zu machen musks amtzeit ist zunächst bis 2024 angesetzt zusammen mit seinem einzug in den verwaltungsrat wurde aber auch eine vereinbarung verkündet die seinen einfluss begrenze demnach dürfe er ein sein anteil maximal auf 14,9 prozent erhöhen aktuell hat er 9,2 prozent das zumindest ging aus der sec mitteilung vor und ja er darf auch erst 90 tage nach dem ausscheiden aus dem verwaltungsrat über diese 14,9 prozent schießen wenn er denn möchte das heißt twitter versucht sich natürlich nach wie vor nicht die fäden aus den händen nehmen zu lassen aber ihr seht schon elon musk ist mit abstand der größte einzelaktionär also ich bin mal gespannt was da noch kommt und vor allem elon hat ja meist sehr durchdachte pläne was da der hintergrund ist er hat zum beispiel schon mal so eine umfrage gestartet möchtet ihr ein bearbeitungsbutton haben und ja oder nein ihr seht schon er hat yes falsch geschrieben bei twitter ist es so wenn ihr etwas falsch schreibt ihr könnt den tweet nicht mehr bearbeiten ihr könnt ihn nur löschen und dann mal neu aufsetzen also sehr sehr funny auf jeden fall ich bin sehr gespannt was er da macht und elon musk hat momentan sehr sehr viele projekte also nicht nur starlink beziehungsweise spacex sondern auch noch tesla und dann auch noch jetzt momentan so ein bisschen das energieproblem also ich hätte ehrlich gesagt gerade nicht so viel lust mit ihm zu tauschen dennoch bin ich sehr gespannt was er da reißen wird und ja mal gucken ob er dogecon einführt als zahlungsmittel oder vielleicht irgendwie kryptos einbindet bei twitter das wäre natürlich ultimativ microstrategy aktie microstrategy ceo michael sailor nimmt kredit für bitcoin auf übrigens könnt mir mal in die kommentare schreiben was haltet ihr davon wenn sich leute geld leihen oder geld besorgen in form eines kredits um damit zum beispiel kryptos zu kaufen oder aktien oder gold haltet ihr das für total in ordnung weil es ja geile gains gibt oder haltet ihr das für viel zu riskant und man sollte nur das investieren was man auch wirklich über hat und sich da nicht irgendwelche gelder leihen das würde mich definitiv mal brennend interessieren michael sailor bitcoin könig microstrategy hält laut bitcoin treasuries 125.000 und 51 bitcoin im wert von 5,8 milliarden us dollar dies entspricht 104 prozent seiner firma bzw des marktkapital was seine firma hat denn die hat nur 5,57 milliarden vergleich mal tesla dazu die haben 43.200 bitcoin und ein wert von 2003 milliarden us dollar also 0,3 prozent des unternehmenswert ist lediglich in bitcoin während ihr seht schon michael sailor ist all in gegangen was bitcoin betrifft mit seinem unternehmen microstrategy er hat doch das ganze business modell umgebaut wo microstrategy ist jetzt eigentlich größtenteils bitcoin costality oder verwahrservice ja mal gucken ob sich michael sailor auf lange sicht überschätzt hat und vielleicht verzockt hat oder ob er vielleicht eines tages in seiner zitadelle auf uns alle herabschauen wird mit seinen trilliarden dollar oder noch besser mit seinen trilliarden xlm die er sich denn für seine bitcoins holen kann bin mal gespannt ob er der reichste mensch der erde wird oder ob es vielleicht nur eine wette ist die er verliert so hart treffen die neuen steuern im crypto space das handelsvolumen des kryptosektors in indien bricht ein 30 prozent kapitalertragsteuer auf bitcoin ist jetzt in kraft getreten seit ersten april das handelsvolumen ist innerhalb von drei tagen um 15 prozent gesunken grund ist diese 30 prozentige kapitalertragsteuer das täglich handelsvolumen von was ihr ex der größten kryptobörse des landes sank in folge der neuen steuerregelung von 208 millionen auf weniger als 100 millionen dollar zudem wird nächsten monat eine weitere quellensteuer in kraft treten jetzt haltet euch fest die anleger dazu zwingt ein prozent auf jede krypto transaktion an den start abzuführen liquiditätsprobleme vorprogrammiert wow die 30 prozent sind ja schon wirklich happig stellt euch mal vor dass fünf sechs jahre lang eure coins wacker gehalten und auf einmal kommen die mit so einer komischen 30 prozentigen kapitalertragsteuer um die ekonomisten drittel von eurem gewinn abgeben okay ist hart aber vielleicht kann man damit leben auf der anderen seite kann man dann natürlich auch bei trades und so weiter viel einfacher das ganze handhaben muss nicht immer rechnen und gucken wie lange irgendwas in der frist war oder nicht das hat natürlich für leute die jetzt vielleicht nicht seit jahren hordeln sondern eben direkt irgendwas verkaufen möchten schon auch ein paar vorteile bei uns ist es ja so dass die einkommensteuer zugrunde gelegt wird und die ist bei manchen leuten sogar noch deutlich höher also da kann es durchaus auch vorteile geben aber was natürlich richtig krank ist ja ein prozent auf jede kripto transaktion das ist mal richtig heftig wow überlegt euch mal ihr schickt vielleicht drei vier fünf mal am tag man bitcoin von a nach b und müsst jedes mal ein prozent davon abdrücken das ist echt ziemlich heftig also schreibt mir gerne mal wie ihr das ganze seht ob es vielleicht in eurem land auch so etwas gibt im letzten live stream haben wir viele von euch berichtet dass ihr auch aus ganz spannenden ländern kommt also schreibt mir mal gerne wie es bei euch auch schaut mit diesen steuerregelungen unfassbar in österreich ist es ja schon so ich glaube 27,5 habt ihr ziemlich heftig fehlt ja eigentlich nur noch hier ein prozent auf jede kripto transaktion könnten sie denn ja kripto transaktionssteuer nennen oder sowas also wirklich unfassbar freunde ja unfassbar ist auch so etwas wie hier viele von euch sind ja ständig auf der suche nach news und das ist auch geil und auch wichtig und das unterhält einen ja auch gewissermaßen aber achtet darauf ich habe hier mal heute nach ripple news gesucht und freunde guckt euch das einfach mal an ja immer der gleiche anbieter fx street ripple der kurs steht vor einem weiteren ausverkauf also er wird weiter fallen oh oh dem ripple oder ripple drohen turbulenzen 200 millionen xrp sollen in umlauf gebracht werden und jetzt xrp preis bietet kauf gelegenheit bevor ripple ein dollar erreicht oder xrp preis prognose ripple wird zurückgehen da das bullische interesse nachlässt also freunde 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 also bloß vorsichtig bei diesen ganzen news macht euch da nicht verrückt ja und wenn ihr einen artikel mal zugeschickt bekommt oder irgendwas spannendes lest dann guckt doch immer ob ihr den herausgeber irgendwo erkennt denn es gibt da draußen leider sehr viele dubiose artikel und wo wir gerade bei dem thema sind habe ich eine richtig richtig geile seite für euch natürlich kann ich auch da nicht meine anführungsfeuer legen inwieweit diese news legit sind aber zumindest sind hier meistens nur die nachrichtenportale hinterlegt die einigermaßen ruf haben da draußen und zwar ist die seite crypto panic wobei crypto panic bekommt ihr fast minuten genau alle möglichen news die im crypto space rumlaufen und könnt sie direkt hier einsehen also meinetwegen iotex wird bei coinbase pro gelistet als beispiel ja dann würde diese nachricht vermutlich hier zuerst auftauchen bevor ihr sie irgendwann mal mir mal im chat fenster im crypto talk oder sonst wo entdeckt also diese seite ist ziemlich geil gerade wenn ihr vielleicht so am anfang steht eurer crypto karriere und alle möglichen news aufsaugen wollt dann empfehle ich euch das definitiv es gibt ja auch news trader also wenn ihr euch damit beschäftigt immer auf news zu traden auch da wäre es vielleicht interessant und für mich ist es natürlich auch so ganz interessant weil ich da immer auf dem neuesten stand der dinge bleibe also schaut euch das ganze unbedingt mal an ich glaube sehr sehr cool und ihr könnt hier oben in der suchfunktion auch zum beispiel filtern meinetwegen wir können gucken xrp ob es dazu irgendwas gibt dann geben wir das mal hier einfach ein und suchen dann alle möglichen berichte die wir zu xrp finden ja und da können wir uns mal durchlesen reinklicken und da gibt es auch immer den link zum richtigen artikel wenn man möchte okay kommen wir jetzt noch mal zu iota nfts denn gestern habe ich einen meilenstein erreicht oder einen meilenstein überschritten oder wie auch immer man das nennen möchte denn ich habe richtig richtig geile nfts zusammen gebastelt jetzt zeige ich euch erst mal was das hier ist denn suna versus quasi so die nft plattform von iota oder eine der ersten nft plattform von iota und auf dem marktplatz kann man jetzt die ersten limitierten nfts dies vor einigen wochen zu kaufen gab handeln das ging die ganze zeit nicht jetzt geht das und ich will euch kurz die geschichte dazu erzählen damit ihr euch mit mir freuen könnt diese nft reihe basiert quasi aus drei einzelnen abschnitten die zusammen ein großes bild bilden können und ihr seht schon es ist ja abgebildet es gibt ja einmal ein astronauten ein stein und ein alien und der astronaut nennt sich sunanaut und der stein nennt sich artefakt und der alien ist eben ein alien und ihr seht wenn man drauf klickt kann man eben dementsprechend hier bei alien jetzt welche kaufen ein paar sind noch über und die haben dann eine nummer wenn ihr jetzt den passenden sunanaut mit der gleichen nummer findet und wenn ihr dann auch noch den passenden stein also den artefakt mit der gleichen nummer findet also dreimal die richtige nummer habt dann habt ihr einen sogenannten nf3 und ein nf3 hat folgende vorteile erstens bekommt ihr in regelmäßigen abständen den sogenannten coin soon gedroppt außerdem bekommt man wenn man alle drei hat also drei von der gleichen nummer bekommt man zusätzlich diesen bonus mal fünf und das dauerhaft also richtig richtig geil und jetzt liebe freunde lasse ich euch mal einen kurzen blick in meine nfts werfen und wir gucken uns mal an was der gute liebe alex hat gestern hat denn er hat artefakt nummer 4123 sunanaut 4123 und natürlich habe ich auch noch mal alien 4123 und mit ein bisschen talent habe ich es tatsächlich geschafft hier so ein bisschen zusammen zu schustern so sieht das jetzt aus ich hoffe ihr freut euch mit mir und vor allem ist das mal eine richtig geile nummer ihr sammelt halt irgendetwas und bekommt wenn ihr richtig viel glück habt dann auch noch eine sofortrente weil regelmäßig dieses huhn ausgeschüttet werden ich bin mal sehr gespannt auf das shimmer network und auf assembly es kommt ja einiges bei iota in den nächsten monaten es ist auf jeden fall mehr wert hier reinzuschauen und es gibt natürlich auch viel günstiger also das sind jetzt nur die die ich mal reingestellt habe und verkaufe ihr könnt da ganz ganz viele verschiedene finden aber achtet darauf dass sie eine funktion haben denn die allermeisten dieser nfts sind einfach nur so zum sammeln und die haben meistens keinen großen wert ihr müsst schon darauf achten dass sie limitiert sind und vielleicht von irgendwelchen namhaften herausgebern kommen tja und für all diejenigen die so ein bisschen die ripple news vermissen die es ja momentan leider leider nicht so wirklich gibt und ich möchte euch auch nicht langweilen mit irgendwelchen langgezogenen alten kamellen da kann ich euch empfehlen bei patreon vorbeizuschauen und euch mal die ganze story von ripple reinzuziehen erster teil ist bereits draußen zweiter teil kommt nächste woche dürft ihr euch schon mal drauf freuen ja ansonsten bin ich durch für heute ich wünsche euch einen wundervollen tag hoffe dass die farbe rot sich ganz ganz schnell in grün verwandelt drückt euch die daumen dass eure lieblings coins durch die decke gehen hoffe ich hatte da mehrwert wenn ihm so sein sollte ihr wisst es bis bald tschau tschau Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.